Ich begrüße Sie recht herzlich zur PK nach unserem Spiel gegen den FC Schalke 04, insbesondere auch die beiden Trainer, Karre Gerrits, den Chefcoach unserer Gäste und Horst, dich natürlich auch. Und weil es die Gäste sind, dürfen die auch als Erste beginnen. Bitteschön. Danke. Ich denke, heute war das Spiel ein paar verschiedene Momenten, besonders für beide Teams. Ich denke, wir haben wirklich gut in 10, 15 Minuten in der ersten Halb. Ich glaube, wir haben ein paar schöne Kombinationen, dann die Gäste geändert. Ich denke, es war eine große Chance für Werbesberg, wo Müller ein sehr guter Schalke macht. Followed by der Free Kick, wo sie einen guten Gorn scoren. Natürlich, ich bin nicht glücklich mit dem Defenden auf der Set-Piece. Dann in der zweiten Halb, ich denke, wir bringen viel mehr Energie auf den Feld. Also, die Entrance von Keketopp, die die Team viel Energie geben, also, ich denke, wir verdienen die 1-1. Und auf der anderen Seite, ich denke, Marius muss einen oder zwei große Schalke machen. Und dann in der Ende, ich denke, in den letzten 10 Minuten, wir hatten, ich denke, ein paar Power-Player mit ein paar Corner-Kicks, besonders mit Thomas Aujan, mit einem guten Left-Hoot. Aber wir haben heute 1-2 Zentimeter verloren, in der Beliefe. So, in der Ende, ich denke, der Punkt ist korrekt und es verdient für beide Teams. Dankeschön, Karl Gerz. Ja, Horst. Ja, ich kann mich da anschließen, was Karl gesagt hat. Es ist schon in und her gewesen, in der Anfangsphase, wo ein, zwei Lücken ließen und dann eben nach dem Tor wieder in unsere Spielphase kam, wo es wirklich flott ging, wo wir wieder sprinten konnten und Chancen uns erarbeiten konnten, wo das Gefühl da war, jetzt sind sie wieder dabei zu flitzen und unser Spiel dann durchzubringen. Und es war klar, dass es wahrscheinlich nicht über 90 Minuten zu halten ist und dass dann mit dem Wechsel, so wie Karl es auch gesagt hat, etwas mehr Energie bei Schalke da war und wir das Gefühl hatten, wir kriegen es nicht mehr ganz so verteidigt. Und dementsprechend der frühe Wechsel dann zu einer Fünferkette, der kam einen Tick zu spät. In dem Moment, wo Pinky schon da stand, gab es den Ausgleich. Den hätten wir vielleicht mit der Fünferkette etwas besser verteidigen können. Und dann gab es eben, ja, zwei gute Situationen für uns, obwohl wir lange Zeit dann auch hinterherlaufen mussten und verteidigen mussten, weil der Druck von Schalke dann da war, ohne dass es die besten Chancen gab. Aber auch da gebe ich Karel recht, die Standards, die waren auch immer gefährlich, wo wirklich ein paar Zentimeter fehlten. Wenn da einer richtig an den Ball kommt, dann kann es da auch scheppern und wir können das Spiel verlieren. So bin ich ganz, ganz glücklich mit einem Punkt. Dass wir 40 Punkte haben, finde ich ganz toll. Dass die Mannschaft von den Fans gefeiert wurde, finde ich gut. Dass es einfach klar war, wir haben ein Fest feiern wollen gegen Schalke hier von einer tollen Kulisse. Und das ist uns gelungen, auch wenn wir nicht gewonnen haben. Karel, alles Gute dir und deinem Team. Und ja, vielen Dank. Dankeschön, Horst. Gibt es Fragen von Ihrer Seite? Dann bitte nur kurze Handmelder, dann reichen wir ganz das Mikrofon an. Ja, ich nehme keine Gratulation zu einem Klassenerhalt entgegen, weil ich einfach nicht genau weiß, wie es weitergeht. Wir können uns über 40 Punkte freuen. Und dann nehme ich auch gerne eine Gratulation an. Ich nehme auch gerne die Gratulation zu dem Punkt heute an. Das ist, glaube ich, alles erlaubt. Ich feiere dann erst wirklich, wenn es entschieden ist, wenn wir sicher sind. Und ich bin zuversichtlich, dass wir die Klasse halten können. Das ist das Ziel gewesen. Und wenn wir das auch rechnerisch erreicht haben, nehme ich die Glückwünsche entgegen. Danke. Ja, Frage noch in der Reihe hinten wann? Danke. Ja, es ist so, dass Dominik echt auch seine Akzente gesetzt hat. Hin und wieder, wenn die Hacke nochmal durchgekommen wäre, zum Mitspieler, dann hätte er nochmal ein Tor auf Hohlenlage vielleicht hinbekommen. Also ich finde, er hat ein sehr, sehr ordentliches Spiel gemacht, hat sich eingebracht fürs Team. und wirklich eine gute Leistung gebracht. Michael Stellbacher, hoffe ich, dass es nächste Woche gehen wird. Bei Paul Stock wird es wahrscheinlich länger dauern. Gibt es noch weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann Ihnen, uns allen ein schönes restliches Wochenende. Korrieren, gut zurück nach Hause. Und bis zum nächsten Mal dann. Ciao.